Ladies and Gentlemen, ich bin ein riesiger Fan von Rammstein. Gewesen, gewesen, ja. Ich meine, puh. Aber wenn wir gerade schon mal rein zufällig beim Thema sind, darf ich Rammstein überhaupt noch hören, ohne ein ignorantes Arschloch zu sein? Denn ich höre auch gerne den Song Billie Jean von Michael Jackson. Viele Freunde von mir hatten viel Freude mit Hogwarts Legacy, unter anderem produziert von J.K. Rowling und Luke Mockridge. Den fand ich auch schon immer richtig beschissen. Es tut mir leid, Lukas, es tut mir leid. All diese Leute hatten in ihrer Karriere mindestens schon einen Skandal, der in unserer Gesellschaft die Frage aufgeworfen hat, kann man Kunst von Künstler trennen? Darf man das überhaupt? Und wenn man es tut, ist man dann ein ignorantes Arschloch? Ladies and Gentlemen, das Jahr 2023 ist gerade mal zur Hälfte rum und schon zweimal mussten wir unsere Tattoo-Entscheidungen überdenken. Denn jetzt mal ehrlich, mindestens eine Zilliarde Mal haben sich sogenannte Metaller dieses berühmte Kreuz mit dem kantigen Rrrr tätowieren lassen, was mittlerweile wohl eher wie ein Brandmal wirkt, bei dem man sich jedes Mal rechtfertigen muss. Boah, jaha, ich hab von den Vorwürfen gehört, aber ich hatte das Ding halt schon vorher, Mann. Damit wir wissen, ob wir uns wirklich schlecht fühlen müssen, wenn wir mal wieder Rammstein hören, oder ob am Ende doch alles egal ist, schauen wir uns heute mal ein paar Fälle an, in denen Künstlerinnen und Künstler ziemlich einen Mist gebaut haben und schauen anschließend, wie wir als Gesellschaft damit umgegangen sind. Denn letzten Endes können wir als Privatpersonen ja selbst darüber entscheiden, ob wir zugeben, dass wir Hogwarts Legacy spielen oder es vielleicht doch lieber nur heimlich machen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich noch eine Sache loswerden, denn egal welche Jokes ich hier gleich noch machen werde, egal welche Betonung sich wie anhört, hat er's gemacht, hat er's nicht gemacht, Es geht nicht darum, dass ich jetzt bewerte, ob Dinge passiert sind und wenn ja, wie schlimm sind sie gewesen. Alles, worum es hier und heute geht, ist, wie sind wir in der öffentlichen Gesellschaft mit diesen einzelnen Fällen umgegangen. Fangen wir also mit dem aktuellsten Beispiel an. Rammstein. Wer sich für dieses Thema interessiert, wird vermutlich bereits sämtliche Fakten kennen. Diverse, oftmals sehr junge Frauen haben unabhängig voneinander und teilweise sogar unter Eid Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben. Nachdem einige von ihnen sogar bei der Polizei Anzeige erstattet haben, ermittelt jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Frontmann, während Rammstein hingegen Anwälte damit beauftragt hat, Unterlassungspapiere zu verschicken. Und wenn auch recht komprimiert, ist das letzten Endes alles, was wir an Cold Facts, an harten Fakten, über diesen Fall wissen. Das ist letzten Endes alles, was wir als Gesellschaft gesichert an Fakten wissen, gepaart mit einer Menge emotionaler Diskussionen im Internet. Eine Menge Menschen diskutieren über das Thema, schaffen mehr Aufmerksamkeit dafür. Das muss gar kein Rezo sein, ich meine damit auch Privatpersonen, die darüber mit ihren Freunden reden oder ähnliches. Eine Menge Menschen gehen aber auch zu den von langer Hand geplanten Rammstein-Konzerten und scheinen ihre Zeit dort zu genießen. Zumindest wirkt es auf mich in dem Footage so, welches ich an verwackelten Handyaufnahmen finden konnte. Wir haben also in unserer Gesellschaft definitiv beides. Wir haben eine umstrittene Band und wir haben gut gefüllte Auftritte einer umstrittenen Band. Außerdem habe ich mir die Klick- bzw. Streaming-Zahlen von Rammstein etwas genauer angeschaut und alles, was ich finden konnte, war, dass es in letzter Zeit offenbar keinen signifikanten An- oder Abstieg der Zahlen gegeben hat. Keine Meldung von irgendeiner Streaming-Chart- Ich statistikisiere alles Plattformen in irgendeiner Art und Weise. Was sagt uns das? Viele Menschen denken jetzt vermutlich, dass auch diese schlechte Werbung für Rammstein auch gute Werbung für Rammstein sein könnte. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, diesen berühmten Streisand-Effekt und so etwas. Das ist hier, glaube ich, aber nicht der Fall. Beziehungsweise sagen uns die weder ab- noch auffallenden Streaming-Zahlen höchstens zwei verschiedene Dinge. Möglichkeit 1. Die Menschen, die schon vorher Rammstein gehört haben, hören jetzt immer noch Rammstein. Möglichkeit 2 ist, ein paar Menschen, die vorher Rammstein gehört haben, hören jetzt vielleicht wirklich nicht mehr Rammstein, aufgrund von moralischen Bedenken und so weiter. Aber durch den Hype um dieses Thema hören jetzt auf einmal ein paar Menschen Rammstein, die vorher noch nie mit Rammstein in Kontakt getreten sind. Ob Möglichkeit Nummer 2 zutrifft, wird sich aber wohl erst im Verlauf der Zeit zeigen. Denn wenn der Hype dann vorbei ist, müssten ja die, die vorher nie mit Rammstein in Kontakt getreten sind und vermutlich auch keine Metal-Heads sind, dann ja auch so langsam mal wieder einen Abgang machen. Mittlerweile ist das Thema ja auch ein paar Wochen alt. Und da die Streaming-Zahlen bislang nicht abgefallen sind, glaube ich eher, dass die, die schon vorher Rammstein gehört haben, immer noch Rammstein hören. Zumal die Konzerte ja nach wie vor gut besucht zu sein scheinen, was mir zeigt, dass die Menschen schon damals vor dem Skandal die Tickets gekauft und Rammstein gehört haben, jetzt auch dieses Ticket einlösen und dadurch logischerweise immer noch Rammstein hören. Gleiches gilt auch für das ziemlich erfolgreiche und gut bewertete Spiel Hogwarts Legacy, an dem auch die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling gut mitverdient haben wird. Für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, J.K. Rowling trat in letzter Zeit häufiger mal ein bisschen in Erscheinung wegen Aussagen, wegen derer man sie als TERF bezeichnet hat. Was im Deutschen ungefähr so viel bedeutet wie trans-ausschließender, radikaler Feminismus. Feministische Frauen, die als TERF bezeichnet werden, sind insofern diskriminierend gegenüber Transfrauen, als dass sie in ihrem Feminismus Transfrauen nicht als Frauen wahrnehmen und dementsprechend in ihrem Feminismus nur für echte Frauen und nicht für Transfrauen kämpfen. Schaut man sich J.K. Rowlings Aussagen an, denke ich, dass der Begriff TERF hier ganz gut passt, ohne das jetzt beleidigend zu meinen, denn in ihrer feministischen Arbeit hat sie selbst gesagt, dass sie Transpersonen explizit ausschließt. Das finden natürlich eine Menge Menschen nicht gut, weswegen Käuferinnen und Käufern, Spielerinnen und Spielern sowie Streamerinnen und Streamern vorgeworfen wurde, sie würden damit diese Rowlingsche TERFigkeit unterstützen. Sogar Gronkh musste sich, soweit ich weiß, erstmalig in seiner Karriere, für seine Entscheidung ist zu streamen vor dem Internet rechtfertigen und hat deswegen die Einnahmen des Streams gespendet. Wie auch beim Fall Rammstein gab es hier also mindestens zwei Seiten. Leute, die diesen gesamten J.K. Rowling-Vorgang kritisiert haben und Leute, die das Spiel mal mehr, mal weniger wissend, trotzdem oder vielleicht doch gerade deswegen gespielt haben. Dieselben verfeindeten Lager bildeten sich auch bei Luke Mockridge. Nachdem 2021 seine Ex-Freundin Vorwürfe bezüglich sexueller Gewalt gegen ihn erhoben hatte, zog er sich für ein paar Monate aus der Öffentlichkeit zurück. Ein gegen ihn eingeleitetes Verfahren wurde eingestellt und gerade bei seinen ersten Auftritten nach diesem Skandal sah man vor den Eingängen der großen Hallen noch Proteste sowie Forderungen zu Konsequenzen für Luke. Doch währenddessen sah man drinnen ganz normale Auftritte. Und selbst bei Künstlern wie Michael Jackson, der aus Gründen keine Konzerte mehr geben kann und dessen ohnehin schon geschädigter Ruf durch die 2019 veröffentlichte Dokumentation Leaving Neverland nochmal ordentlich gelitten haben dürfte, haben letzten Monat mehr als 35 Millionen Menschen seine Songs auf Spotify gehört. Ich glaube, so langsam wird auch dem Letzten klar, worauf ich hinaus möchte. All diese Künstler haben insgesamt zwei Sachen gemeinsam, sie hatten einen Skandal und sie sind immer noch da. Sie waren vielleicht mal für ein paar Monate weg vom Fenster, aber lebendig oder nicht, jeder von ihnen ist nach wie vor eine Person des öffentlichen Lebens mit einem ziemlich großen Publikum. Egal wie schwerwiegend oder stichhaltig die Vorwürfe gegen sie auch waren, der Support ihrer Fans blieb anscheinend ungebrochen. Ich habe mir noch einige Beispiele dieser Art angeschaut und eigentlich nur eine kleine Gruppe an Künstlern finden können, die tatsächlich von der Bildfläche verschwunden sind. Dabei handelt es sich entweder um Personen, die nicht mehr auftreten können, wie Harvey Weinstein, der jetzt nun mal im Knast sitzt, oder es handelt sich um Leute, die aus freien Stücken einen Abgang aus der Öffentlichkeit gemacht haben, wie zum Beispiel Xavier Naidoo, von dem man das letzte Mal in seinem halb guten Entschuldigungsvideo zu seiner schwurbelnden Vergangenheit gehört hat. Solange ein Künstler nicht von der Justiz verurteilt wurde und weiterhin eine Bühne haben möchte, bleibt dieser Künstler auf der Bühne. Das ist zumindest das Fazit, was ich daraus schließen konnte. Und auf eben dieser Bühne kann ein Künstler weiterhin nur dann stehen, wenn trotz Vorwürfen und Skandalen immer noch eine Masse an Leuten da ist, die ihn nach wie vor sehen möchten. Aber auch wenn offensichtlich immer noch eine Menge Menschen Rammstein hören, ist das immer noch keine Antwort auf die Frage, ob ich Rammstein hören darf, ohne ein ignorantes Arschloch zu sein. Sehen wir hier auf diesem Video nichts anderes als einen metallischen Tumult an ignoranten Arschlöchern? Kaufen sich Menschen, die Hogwarts Legacy gekauft haben, im Moment des Bezahlens die Ich geb nen Fick auf Transrechte Erweiterung gleich mit dazu? Ich glaube, ein bisschen schon. Bin ich selbst aber einer von ihnen? Ich glaube, ein bisschen schon. Wenn man die Kunst eines vielfach kritisierten amoralischen Künstlers konsumiert, unterstützt man diesen Künstler natürlich. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Angenommen, ich würde jetzt einen Song von Rammstein auf meinem Smartphone abspielen, würden Till Lindemann und Co. von Spotify so ungefähr 0,0003 Cent bekommen. So Pi mal Daumen. Und wenn sich jemand Hogwarts Legacy kauft, wird J.K. Rowling vom Spieleentwickler einen vielleicht ähnlich hoher Betrag überwiesen. Gut, ob eine Milliardärin sich jetzt noch für diese paar weiteren Öcken interessiert, weiß ich nicht. Man unterstützt diese Person aber finanziell auf jeden Fall. Und im schlimmsten Fall könnte J.K. Rowling dieses Geld sogar nehmen und damit eine transfeindliche Kampagne unterstützen. Dabei ist Kunst ja eigentlich etwas, auf das wir im Alltag schon eher verzichten können, im Gegensatz zu Essen, Kleidung oder Mario Kart 8. Zumal Kunst heutzutage so einfach zu erreichen ist wie noch nie. Wir könnten jederzeit einen anderen Film sehen, einen anderen Song hören, ein anderes Spiel spielen. Aber wir machen es halt nicht. Außerdem, und damit wären wir bei der zweiten Hinsicht, sorgen Menschenmassen dafür, dass bestimmte Themen, bestimmte Menschen, bestimmte Künstler so lange salonfähig bleiben, wie diese Menschenmassen hinter ihnen stehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen und bestimmt auch ein bisschen pseudo-intellektuell, aber mich erinnert unser Verhalten so ein bisschen an den psychologischen Begriff der pluralistischen Ignoranz. Der besagt, dass wenn mehrere Personen eine Notsituation beobachten, jeder einzelne Beobachter dann annimmt, es bestünde kein Problem, da kein anderer Beobachter betroffen wirkt oder Anzeichen von Panik zeigt. Oder in unsere Situation übersetzt, eigentlich finde ich schon schlimm, was Till Lindemann da womöglich getan hat, aber wenn tausend andere Leute zum Konzert gehen und noch mehr Leute weiterhin deren Songs streamen, dann scheint das ja wohl nicht so schlimm zu sein. Also sowohl finanziell wie auch gesellschaftlich unterstütze ich einen Künstler, der potenziell ziemlichen Mist gebaut hat, selbst wenn ich nur ein einziges Mal seinen Song streame. Aus gesellschaftlicher Sicht scheint man also die Frage, darf ich noch Rammstein hören, mit einem Ja beantworten zu können. Allerdings gepaart mit dem Umstand, dass man vielleicht dafür kritisiert wird und vor einem Rammstein-Konzert dann unangenehme Fragen von Reportern gestellt bekommt. Es sind reinmal nur Vorwürfe, nichts anderes. Das hat man schon bei anderen Brummen in der Arschekette. Ob man jetzt Kunst von Künstlern endgültig trennen kann, ist aber glaube ich eher eine Frage, die jeder für sich selbst stellen muss, aber niemand für jeden beantworten kann. Wir können bei all diesen Konzertgängern und Spotify-Streamern nicht in deren Köpfe gucken. Denn wer weiß schon, ob all diese Headbanger da nicht gerade doch irgendwie gerne woanders wären, weil sie sich daran erinnert haben, was der schreiende Mann auf der Bühne da womöglich getan hat. Was unseren allgemeinen Umgang mit Rammstein und Co. im Internet angeht, habe ich wie so oft den Eindruck, dass es da nur zwei Seiten gibt. Nämlich einerseits die arroganten Hypermoralisten, die überhaupt keinen Spaß verstehen und auf der anderen Seite die ignoranten Opportunisten, denen es ausschließlich um den eigenen Spaß geht. Und an dieser Stelle würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es bei euch so ist. Denn normalerweise rufe ich ja nicht dazu auf, dass andere Leute hier Kommentare schreiben sollen. Ich interessiere mich einfach nicht für euch. Aber ich für meinen Teil fühle mich beiden Seiten ein bisschen und keiner Seite komplett zugehörig. Es gibt Momente, in denen ich voller Inbrunst ein lautstarkes Schamau aus meinem Körper presse, einfach weil ich diesen Song gerade so doll fühle. Dann gibt es aber auch noch Momente, in denen ich mich daran erinnere, was dieser Typ da womöglich vor 20, 30 Jahren getan hat. Und dann habe ich keinen Bock mehr, seine Songs zu hören und macht die Musik aus. Dementsprechend bin ich wirklich beides so ein bisschen ein arroganter, ignoranter Hypermoral-Opportunist, der situativ Kunst von Künstlern trennt, aber dann auch wieder nicht. Und bevor wir jetzt gleich endlich zum Ende kommen, habe ich da noch etwas, von dem ich glaube, dass viele es als Hot Take bezeichnen würden. In den meisten Fällen haben all diese großen Meinungs-Youtuber ja am Ende noch irgendein Problem, das sie nicht lösen konnten, oder ein neues Problem, das sich aus dem alten ergeben hat. Doch ich muss sagen, dass ich die Art und Weise, wie wir gesamtgesellschaftlich mit diesen teils sensiblen, hochemotionalen Themen umgehen, im Großen und Ganzen ganz okay finde. Natürlich findest du im Internet immer Menschen, die Täter-Opfer-Umkehr betreiben, die falsche Kontexte setzen oder was auch immer, aber abgesehen von diesen paar kleinen Spinnern, könnte unser Umgang mit diesen Themen noch um einiges schlimmer sein. Stellt euch mal vor, ein Dutzend Frauen würde Till Lindemann anzeigen, die würden sagen, ha ne, der wird das schon nicht gemacht haben, was, qual doch nicht unser Tilly-Boy. Denn genau so etwas haben wir bis vor sehr kurzer Zeit noch sehr häufig getan, siehe Harvey Weinstein, und ich bin froh, dass wir nach und nach davon wegkommen, und dadurch dann Kampagnen entstehen, wie die von Nora Tschirner, in der binnen weniger Tage über 600.000 Euro gesammelt werden konnten, um den betroffenen Frauen dabei helfen zu können, etwaige Kosten zu tragen, die ja jetzt bald wahrscheinlich auf sie zukommen werden. Gleichzeitig bin ich aber auch froh, dass solche Vorwürfe wie die gegenüber Till Lindemann nicht zu einer direkten Cancellung der Band Rammstein führen, denn auch das wäre ja letzten Endes nichts anderes als so eine gewisse Lünch-Justiz, und so einen Fall gab es sogar schon mal in Deutschland, allerdings war das noch vor den Zeiten des sogenannten Internets. In den 90ern und frühen 2000ern war der Moderator Andreas Türk ein sehr gefragter Mann im Privatfernsehen, man kann ja von diesen Vorführ-Talkshows halten, was man will, aber was ihm passiert ist, hat er meiner Ansicht nach auch nicht wirklich verdient. Eine Frau beschuldigte ihn der Vergewaltigung, zeigte ihn an, und es kam zu einem Gerichtsprozess. Schon währenddessen verlor Andreas Türk seine Aufträge und wurde dadurch arbeitslos. Unabhängige Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die beschuldigende Frau psychisch labil gewesen ist und die Vergewaltigung erfunden hat. Trotz bewiesener Unschuld war seine Karriere vorbei und konnte sich bis heute nicht davon erholen. Und um solche Sachen zu vermeiden, bin ich relativ froh über den Weg, den wir in letzter Zeit immer wieder mal gegangen sind. Man diskutiert darüber und wird natürlich auch mal emotional in dieser Diskussion, einfach weil das oftmals leider so extrem schlimme Dinge sind, über die wir da reden müssen. Wenn ich aber daran denke, wie das in anderen Erdteilen oder zu anderen Erdzeiten immer gelaufen ist und solche Sachen ja trotzdem passiert sind, sehe ich in unserem aktuellen Umgang damit wenigstens so eine Art Fortschritt. Wie bereits erwähnt, scheine ich mit dieser Ansicht aber irgendwie alleine da zu stehen, zumindest wenn ich mir das Internet so anschaue und habe mir vielleicht auch den ein oder anderen Feind mit diesem Video gemacht. Sagt mir deshalb gerne, wie ihr dazu steht, damit ich mich nicht mehr ganz so alleine fühle. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuschauen, seid lieb zueinander und außerdem Augen auf bei der Tattoo-Wahl. Was an Whisper? was an Whisper? Was an Whisper?